Hallo, Sun Eclipse, Sonnenfinsternis, am 8. April, im Zeichen Fische, nicht wieder. Warum? Weil, schau dir einfach mal dein Leben an, brennt es bereits oder ist es mehr so, dass du schwimmst. Du hast vielleicht mein 2024-Video gesehen mit dem Thema You better start swimming or you sink like a stone. Falls du es noch nicht getan hast, bitte check in meinem Videopool 2024, meine zwei 2024-Videos auch einen mit einem Aszendenten. Und ich will kurz was zu der Sonnenfinsternis sagen. Es ist ein Raffail, was ich ganz selten mache. Einfach sprechen und raufstellen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal die Konstellation, wie das aussieht nach der vedischen Astrologie. Ich weiß, ich sehe viele von euch, schauen natürlich auch auf die Videos von der klassischen Astrologie. Bitte fühlt euch respektiert. Und da redet ja die ganze Welt davon, dass die Ballung im Zeichen Wider stattfindet. Hier sehen wir aber das Sonne, Venus, Mond. Hier, guck mal, wo ich meine Maus habe. Brahu, Venus, Sonne, Mond im Zeichen Revati ist. Und Revati ist die höchste Kunst. Das ist auch verrückt. Das ist das letzte Nakshatra. Also der letzte Bereich. Ihr wisst, in der vedischen Astrologie werden die klassischen Themen in zweieinhalb aufgeteilt. Und Revati ist das letzte. Das hat natürlich dann auch wieder was mit Moksha zu tun. Und da ist auch wieder dieser Gandanta-Punkt, dieser transformative Punkt. Und das ist das, was ich auch fühle, was ich sehe. Ich sehe nicht, dass die Welt brennt, dass jeder in den Startlöchern ist und schon genau weiß, was sie genau zu tun hat. Sondern es ist, let us face it, es sind noch Verwirrungen und Unklarheiten da. Und vor allen Dingen, das hatte ich auch in meinem Video genannt, ist ja Merkur, der jetzt wieder auf dem Weg zurück ist in die Fische. Also der Götterbote ist mal kurz in das Feuerzeichen reingegangen, hat sich dann die Hände verbrannt und ist jetzt wieder praktisch auf dem Weg zurück in den sicheren Space. Nein, erstmal lieber in der Glocke bleiben, erstmal lieber inspirieren, erstmal lieber träumen. Weil das ist auch die Energie von diesen Fischeplaneten. Sie fordern zum Träumen auf, nicht zum Handeln. Ihr träumt noch von etwas, wir träumen noch etwas, ich träume noch von etwas. Es ist nicht so, dass ich hier losrenne. Und selbst die Krieger auf der Welt, sie haben hier, guck mal, hier ist der Mars, Mars und Saturn. Sie stehen ja auch noch zusammen. Das heißt, selbst die strategischen Dinge, die Kriege, die strategischen Fights, sie sind strategisch, weil Saturn bedeutet Bremse. Das heißt, nochmal untersuchen, nochmal sehen, ist das richtig, ist die Strategie richtig, ist jene Strategie richtig. Okay, ich meine, diese Konstellation existiert im tropischen System, im süderisch-schwedischen System, die ist in jedem System. Aber die Häuser, ich meine, die Zeichen, wo es halt stattfindet, sind nun mal hier diese Fischer, ist dieser Fischer-Bereich. Okay? So, jetzt kommt diese Sonneclips. Und Sonneclips ist sehr interessant, weil das Licht ist aus und du fällst nochmal mehr in die Tiefe rein. Deswegen wird in der Dunkelheit der Kram, den du am Laufen hast, natürlich größer. Was meine ich mit Kram, den du am Laufen hast? Negativität. Ich meine, wenn das Licht ausgeschaltet wird, oder als du ein Kind warst, wo das Licht ausgeschaltet wurde. Ich hatte übrigens so ein Lämpchen. Kennt ihr diese grünen Lämpchen? Ich hatte immer Angst in der Dunkelheit. So, meine Eltern mussten dieses Lämpchen kaufen. Dass ich immer was habe, so ein Licht, wo ich raufgucken kann, weil ich habe alle möglichen Sachen gesehen mit meiner empathischen Antenne. Also ich bin so ein Kind gewesen, was viele Sachen gesehen hat, die nicht da waren nach materiellen Gesichtspunkten. Und genau das ist das, was im Moment, liebe Leute, da ist. Wir sehen ziemlich viele Sachen, die da sind, aber eben auf einer anderen Realität. Eben nicht. Diese Widder, diese Startlochenergie, da weiß ich bereits, was ich will. Da bin ich aus der Tür gegangen. Da bin ich auf der Straße. Da bin ich da. Da habe ich die Jagd schon aufgenommen. Venus zum Beispiel im Widder hat die Jagd schon aufgenommen. Hier ist die Venus im Fische im Moment. Liebe Leute, hallo, wir sind noch am Träumen. Wir sind noch gar nicht am Jagen. Wir sind am Träumen. Wir sind in einem Gespensterschloss, nicht Gespensterschloss, in dem Laboratorium des Geistes. Und da spielt sich alles ab im Moment im jenseitigen Fischezeichen, wo Emotionen da sind, ja. Und wo wir gerade so und so aus einer Zeit gekommen sind, wo wir reflektieren, reflektieren, reflektieren. Wie gesagt, weil Merkur, es ist nicht seine Zeit. Solange Rahu, übrigens, wo immer Rahu ist, das ist total groß in unserem Leben, ja. Das ist so, dass wir die ganze Zeit darauf gucken, ja. Und wir sind im Moment bereit zu surrendern. Rahu ist im Fische, das ist das Zeichen von Moksha, von Surrendern. Wir geben im Moment viele Sachen auf. Wir verbrennen. Sonne ist auch im Fische. Wir verbrennen unser vergangenes Leben erstmal, bevor wir nachher im Widder stehen und dann wissen, was wir zu tun haben. Das heißt, unsere alten Bereiche werden befreit. Das ist das, was im Moment passiert. Die alten Bereiche werden befreit. Wir sind noch am Sandsäcke rauswerfen. Das ist, was im Moment passiert. Wir sind noch am Sandsäcke am rauswerfen, um leichter zu werden, weil es ist ein Verlusthaus. Zum Beispiel das 12. Haus Fische ist ein Verlusthaus. Verlust bedeutet aber gleichzeitig Gewinn. Gewinn von neuen Einsichten, Gewinn von neuen Visionen. Wenn wir dann die Vision haben, dann gehen wir in den Widder rein. Dann geht es los. Entscheidet selbst, liebe Leute. Entscheidet. Dann geht das wirkliche Leben los. Aber die klassische Astrologie, sorry, dass ich heute wieder auf die klassische Astrologie raufhauen muss. Die sind bereits schon 400 Meter, ich meine 24 Kilometer, sage ich mal, 24 Grad, 24 Kilometer, sind die schon draußen auf dem Widder. Ja. Und ja, da muss ich einfach sagen, Leute, fühlt rein. Das ist, hallo, es ist eben noch nicht so. Und es soll euch hier vorgelegt werden von mir, dass ihr selbst drüber nachdenkt und seht, dass ihr in einem Geburtskanal seid, der im Fische sich befindet. Ihr müsst natürlich sehen, wo ist Fische in meinem Horoskop. Und dann könnte man natürlich noch mehr machen. Hier, wir haben auch übrigens Neptun und Venus zusammenstehen. Natürlich ist es auch nochmal eine ganz andere Aussagekraft, weil Neptun ist der zweite Herrscher vom Fischezeichen und ist die höhere Antenne. Und deswegen sind auch im Moment gerade musische, künstlerische, imaginäre Sachen und selbst praktisch die Phantastenfahrt angesagt. Also im Moment laufen unwahrscheinlich viele Phantasten rum und alles ist so fantastisch. Und wir sind, wir gehen in ein neues Zeitalter und alles ist so flowerpower. Ich meine, es ist nicht flowerpower. Also man reitet irgendwie auf dem mystischen Pferd davon im Moment. Überall also links und rechts, wenn ich so sehe. Also vor allen Dingen auch auf der spirituellen Schiene ist auch ziemlich viel Täuschung. Also es ist natürlich gut, dass man überhaupt noch auf dem spirituellen Weg geht. Aber wenn ihr das selbst mal getan habt, auf dem spirituellen Weg zu sein, dann merkt ihr, da ist auch eben ziemlich viel, was sich noch blättert, was sich noch schält, bis dann wirklich aus der Raupe ein klarer spiritueller Schmetterling geworden ist. Wenn, wenn dann praktisch die Spiritualität entschieden ist, wenn dann der Sadhana kommt, die Übung. Das heißt, du hast das gefunden, was das Richtige für dich ist und jetzt ziehst du das durch. Und es ist nicht mehr so schwammig, oder? So in diesem Sinne sehe ich den achten, auf den achten April als eine Zeit, wo es dunkel wird kurz und wo wir natürlich dann uns vorbereiten auf die Wiederenergie rauszugehen mit dem, was wir erkannt haben. Aber wir basteln im Moment eben dran rum. Und diese Zeit versucht leer zu sein. Das ist, was die Sonnenfinsternis ist. Sie ist blank. Sie ist ein Reset. Ihr fühlt euch vielleicht auch schon blank wie eine leere Tafel. Ja, eine leere Tafel. Die wird leer gemacht. Watsch, watsch. Wie sagt man? Und dann resettet und dann eben rausgeworfen und dann erleichtert. Hey, hier ist der Frühling. Hier, ich bin im Frühling. Ich bin im Winter. Ich komme raus. Ich mache meine Sache. Ich ziehe die durch. Okay, das ist natürlich dann immer noch mal ein Planeten rückläufig. Das kommt natürlich immer wieder zu Hindernissen und aufstehen. Das ist das ganze Leben. Es ist auch nichts Neues da. Das meine ich mit dem auf der Welle Nummer 7 wegzureiten. Die Welt war immer die gleiche. Glück, Unglück. Erfolg, Misserfolg. Ja, es hat sich seit Millionen Jahren nicht geändert. Es kommt jetzt nicht, dass dann irgendwie noch eine andere Zeit ist. Natürlich gibt es die drei Zeit, vier Zeitalter und die haben ihre Qualität. Es gibt natürlich schon Veränderungen, aber das menschliche Leben. Es ist nicht so, dass wir auf einmal in einem, wie soll man sagen, Torpedo-fantastischen Schmetterling-Flugzeug im Kali-Yuga auf der Wolke Nummer 7 hinwegfliegen, sondern wir werden weiter mit der Energie von Kali, also mit der Energie von Täuschung, auch mit Streit. Wir sind halt in einer Zeit, Streitigkeiten wegen Kleinigkeiten oder es ist keine so Atmosphäre, wo jetzt total, naja, also das sagen wir mal, verständnisvoll, empathisch ist, vor allem in den deutschsprachigen Ländern. Das sieht man, wenn eine Person berühmt wird zum Beispiel, hat sie direkt Ärger. Also in Deutschland berühmt zu werden, ist richtig nervig. Dann hast du heutzutage Haters oder diese Sache. Es ist wirklich so eine Tomatengesellschaft, also mit Eiern und Tomatengesellschaft und Real Appreciation, wäre nur im Sattva-Yoga möglich. Also wirkliche Wertschätzung. Und ihr merkt es, wenn ihr arbeiten geht. Ich habe ja auch verschiedene Kunden, die mir erzählen, wie es heute auf den Arbeitsplätzen aussieht. Und überall wird praktisch Ellbogen benutzt und gemobbt und alles diese so. Wir werden nicht morgen im Paradies sein, aber wir werden ein bisschen weiser sein. Wir werden ein bisschen connecter, mehr connected sein, wenn also diese Sonnenfinsternis gibt uns die Chance, ein bisschen mehr connected zu sein, weil sie eben im letzten Zeichen stattfindet. Und dann könnten wir praktisch aus der Kraft des Göttlichen, wenn wir dann in die anderen Zeichen gehen, also ins Zeichen Widder, ins Zeichen Stirn, Zeichen Zwilling, also wieder in die Welt, aus dem Ashram raustreten, aus der, so man sagen, aus der Abgeschiedenheit raustreten und dann in die normale Welt reingehen, also in die, durch die anderen Bereiche, also die anderen elf Bereiche, wo die Planeten ja alle wieder sein werden. Können wir vielleicht jetzt in dieser Zeit und deswegen ist diese Zeit wirklich diese, diese Finsternisse in der Jungfrau-Fischeachse und nochmal Jupiter und Venus sind im Fische erhöht, nicht Merkur. Das heißt, das Denken, das Konzentrieren, die Geschäfte und alles ist im Moment ein bisschen schwammig. Ist es euch aufgefallen? Es ist nicht angriffslustig, es ist nicht so, dass direkt was floppt. Man muss Dinge besprechen, man muss Dinge klären. Das ist signifikant. Wenn der Merkur oder die meisten Zeichen schon im Widder wären, dann, you know, du machst Nägel mit Köpfen. Aber das ist im Moment auch noch nicht die Energie. So, was ich sagen will, nutzt diese Zeit nicht viel essen, ein bisschen fasten, also vielleicht sich ein bisschen zurückziehen, nicht so in die Öffentlichkeit gehen und bewusst mit geschlossenen Augen vielleicht den Atem beobachten in dieser Zeit. Ein Mantra sprechen oder ein Gebet sprechen und einen tiefen Gedanken fassen, tiefe Gedanken aufschreiben, merken und dann lass uns eine nächste Runde geben. Es ist nicht die letzte Finsternis, selbst wenn nach dieser Finsternis noch Schwierigkeiten sind, dann kommt nochmal eine wichtige in Oktober und bis dahin wird auch noch das letzte Körnchen oder mehr Körnchen von den Erleuchtungen, die ihr jetzt habt, geklärt sein. Aber das besprechen wir ein nächstes Mal. Ich danke euch für dieses kleine Einschalten bei mir und Zugucken. Ich habe auf vielen meiner Videos meine Angebote, kostenlose WhatsApp-Gruppe, kostenloses Kennenlerngespräch, Videoberatung, Audioberatung und so weiter. Mein Buch, meine Homepage, besucht meine Homepage, die auch unter dem Video ist. Guckt euch meine Arbeitsweise an und wenn ihr irgendwas habt, mutig sein, einfach mich ansprechen, geduldig sein auch vielleicht, weil ich habe immer eine Reihenfolge, wo ich daran arbeite, auch diejenigen, die jetzt das sehen und auf ein Horoskop erwarten. Ich habe euch nicht vergessen, ich komme auf euch zurück und ich mache das bloß halt der Reihe nach und ich nehme mir viel Zeit für jede Person. Also wenn ich ein Horoskop arbeite, dann ist die Person, an einem Horoskop arbeite, ist die Person, die gerade auf meinem Schirm ist, die wichtigste Person in meinem Leben. Selbst noch wichtiger als meine Partnerin, sozusagen. So, vielen Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Astrologe Leonardo. Ciao.